Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Sicher können wir kommen und ausrichten. Weil man nicht zur Seite strecken kann oder so vollständig. Ja komm. Ich glaube es ist immer noch zu viel mit dir. Komm zu mir an der Tür. Der wüsste nicht. Vielleicht ist es ihm. Jetzt ist er dauernd. Dort viel zu viel viel zu lange. Für verriegelt. Warum auch immer. Jetzt. Die eine ist schon wieder gekrepiert. Das sie krepieren ist nur Computer. Die kommen hier immer wieder. Vater. Du weißt nichts. Okay. Auf zur Absturzstelle. Seid ruhig. Langsam. Oh shit. Können die ausspielen. Der blutet. Aber wie. Ja. Du kannst sie anschießen. Dann siehst du ja die bluten irgendwie. Also sie sieht nicht mehr so gesund aus. Hey. Kasse Kraut. Oh Gott. Ziemlich viele. Keine Munition. Weg hier. Weg hier. Ey. Wir müssen vorwärts. Komm. Oh. Die Kommando Speziale. Da war ein Zombie. Der wer? Kommando Speziale. Nein. Jetzt kommen wir weiter. Krugel dich nicht mit denen. Legt hier irgendwas? Oh hier kommt irgendwas. Oh hier kommt irgendwas. Die. Nehmen wir eine Granate. Hier. Fortfahren. Das wird gut. Ich wurde geheilt. Yay. Ich habe keine Munition für die Waffe. Immer noch. Flashback. Hier ist Munitionskiste. Klasse. Klasse. Ich will meine Pumpgun. Warte. IMP im Mittag. Geh rein. Da. Einer von drei. Da hinten blutet was. Das ist viel Lapp glaube ich noch. Da hinten wieder allein. Woow. Ich bin da hinten wieder allein. Woow. Ich finde ganz schnell die E-Mitter. Hast du die angezeigt bei dir? Jaja. Ich habe hier wieder einen. Gott. Oh Gott. Ich glaube ich wurde gebissen. Dann sagt der. Ich glaube ich will ihn nicht mit dir. Ne du bist ein Zombie gleich. Du hast kein Dings. Drück deine Dings. Oder? Ne der hat dir nichts gesagt. Einer. Würde mal voll gebissen ey. Zwei von drei. Einer ist da noch. Wenn ihr die letzte EMP-Ladung wollt. Holt sie euch. Mist. Nikolai. Oh. Wo fangst. Erledigt die. Wir brauchen den EMP. Komm her zu mir. Wir müssen hier weg. Ich habe kommen Energie noch. Wo bist du denn? Immer zum Umbrella Punkt. Hast du den letzten gefunden? Ne. Wir müssen den doch noch finden oder? Ich glaube nicht. Nikolai hat den. Du kannst den nochmal umgucken. Ist aber nichts. Doch wieso komme ich denn jetzt hier nicht runter ey. Wie dumm. Oh. Die sind beide infiziert. Die Soldaten ja die ganze Zeit auch rum. Doch. Dorn sind die beiden da. Ja ja. Das ist. Alles Putz. Der Mann muss uns Deckungsfeuer geben, damit wir weg können. Ha shit. Ihr Narren wisst doch gar nicht was ihr tut. Glaubt ihr wirklich, dass alles sind in den Kameraden? Keine Munition liegt. Vorher fußt ich wohl wohin ihr geht. Vorher fußt ich von den wertvollen EMP-Geräten. Mein Kunde hat mir euer Kanal gegeben. Shit. Den Penner zu treffen wird jetzt lustig. Das droht Gefahr. Das sagt mein Dings an. Nein, ich bin fast dort. Das sagt mein Dings immer an. Sein Kunde die Information an. Und wird dafür bezahlen. Und niemand wird mich aufhalten. Ich habe ein halbautomatisches Gewehr gefunden. Guck mal an. Sniper. Scheiße. Leg mich mal schnell wieder. Ja, ich kann das schlechthin jetzt, ne? Doch, kannst du. Der schießt nicht. Entdeckung. Vorsicht. Oh da. Da. Woher ein Fremdruck. Da oben ist der. In einem Fenster. Ich bin viel zu nah. Ich bin viel zu nah. Ich bin viel zu nah. Dein Fenster. Rotgefahr. Das ist da außen. Siehst du den Pfeil? Den roten? Er taucht nicht. Ah, jetzt. Shit. Oh, war nett, Schott. Toll, Tür verriegelt. Was ist denn jetzt los? Wir müssen ihn besiegen. Er hat eine Granate geworfen. Wow. Wie konnte er mich denn hier treffen? Ich war nur in der Deckung. Du musst ihn immer noch besiegen. Er ruckt dem Fenster rum. Bewegt er sich. Der ist da oben. Auf sich zu bewegen. Bam. Er ist am linken Fenster. Der zeigt immer seinen Kopf, aber dann triffst du den trotzdem nicht. Shit. Warum soll man den auch so schnell treffen? Da haben wir hier ein Dings liegen. Boah, zwei Klöpfer. Da haben wir eine Sniper hier rumliegen. Nein, nein. Ich benutze die doch gerade. Was? Ich benutze die doch gerade. Das ist schon die ganze Zeit. Halbautomatische Gewehr, was in der großen Kiste war. Na, streck dein Köpfchen aus. Bam. Der und seine Granaten, ne? Jawohl. Genau oben reingeworfen. Habe ich gesehen. So geil. Okay, jetzt können wir weiter. Oh, oh. Viecher. Irgendwer hat mich angekrotzt. Denk dran, der ist immer noch da oben, ne? Nein, dann bleiben wir unterm Fenster. Er trifft uns ja nicht. Da vorne kommen noch welche. Hier geht die Munition los. Ich hole mal wieder Granaten oder sowas. Ja, getroffen. Nein, das wird gelaufen, du Miesen. Geil sei jetzt. Ich habe das mal genommen, weil ich das doch sehe, wo der ist. Ja, ja, mach ruhig. Kein Ding. Oh, die wurden mir im letzten Augenblick angezeigt. Sowas Mieses, ey. Ja, ich kann ja jetzt schlechthin und zurecht mit einem Sniper. Sind getroffen? Jo. Nice. Jetzt kommen ja die Viecher. Komm, irgendwie aus allen Löchern gebrochen, ey. Ja, hier auf der rechten Seite wäre cool, wenn da einer wäre. Ja, weil ich habe nämlich nur einen Sniper und das ist nicht gut für den Nachhalt. Toll, danke fürs Infizieren. Mist, Fisch, obwohl ich gerade nur gezahnt habe. Hat mich wohl bewegt. Scheiße, ich bin Zombie. Ey, wie stelle ich infiziert wurde, ne? Kill mich. Wenn du mich siehst, ist mir hinter dir. Ich bin neu infiziert. Ja, die Wörter habe ich schon gefüllt. Du bist ja auch infiziert. Hm. Das ist ja dreckig, ey. Aber die beißen nicht einmal, du bist sofort infiziert, ne? Ja. CPU, die macht natürlich nichts. Wow, jetzt sind wir alles von vorne. Lass mich mal der Sniper direkt nehmen. Ja, ja, nimm. Nicht in der Kiste ganz vorne. Nein, hier ganz vorne in der großen Kiste. Das ist doch die Große. Ah, dann ist da noch ein Gewehr. Ich wusste nur, dass die ganz vorne liegt. Mein Gott, der kann ja immer auf andere schießen. Oh, der nervt. Wird doch gesammelt. Und ihr wart mir dabei eine große Hilfe. Natürlich will mein Kunde die Information. Du musst am besten hier sehen. Und wird dafür bezahlen. Und niemand wird mich aufhalten. Doch wir. Pass auf, dass die Zombies dir gleich nicht zu nahe kommen, ne? Weil die infizieren auch schnell. Musst du den merken. Versuch, der mal mit Granaten zu treffen. Ja. LOL. Der hat die Granate geworfen, ist bei sich stecken geblieben. Mein Schwinner. Der ist am rechten Fenster. Ja, das ist besser zu treffen, weil da wirfst du ins Zimmer rein und die trifft nie mehr. Jetzt kommen die Viecher. Ja. Jetzt infizieren die noch nicht so stark, aber gleich. Ich lass die, nimm mir die MP jetzt leben. Boah, du misst mich, ey. Müssen gucken, ob hier irgendwo Antivirus-Spray rumliegt. Was ist das Sturmgewehr, was hier lag? Alle tot? Boah, genau unter meinen Füßen, ey. Ich geh wieder Granatenschein schmeißen. Wo ist der gerade? Ah, da. Linkes Fenster. Jetzt hab ich ihn gerade nicht mehr auf dem Schirm. Immer noch. Linkes Fenster. Vorsicht!